Hallo zusammen. Ich, Doktor der medizinischen Wissenschaften, der Hauptfachmann des Gesundheitsministeriums des Gebiets Moskau, in Allgemeinmedizin, Roman Gorenkuf. Was könnte romantischer sein als Sex in einer festlichen Nacht? Kerzen, Gierlanden, Wein, es ist leicht zu begeistern, und sich der Leidenschaft mit einem geliebten Menschen zu widmen. Aber den Kopf nicht verlieren. Schließlich sind Alkohol und Sex nicht die beste Kombination. Es kann zu einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems führen. Es ist nicht notwendig, Sex an Feiertagen zu haben, in einem alkoholischen Zustand. Alkohol und Sex, das ist eine sehr große Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Außerdem kann es in diesem Zustand ungeschützten Sex geben, der mit verschiedenen Geschlechtskrankheiten behaftet ist. Ich stelle fest, dass eine Person in einem alkoholischen Zustand die Kontrolle über sich selbst verlieren kann. Daher ist es notwendig, mit größter Vorsicht vorzugehen. Im Allgemeinen erkenne ich die Vorteile von Sex an. Aber in begrenzten Mengen. Der Prozess verbessert den Stoffwechsel, produziert Sexualhormone, und wirkt sich im Allgemeinen gut auf das Wohlbefinden aus. Diejenigen, die keine sexuellen Belastungen praktizieren, nehmen schnell an Gewicht zu. In moderaten Dosen ist Sex sehr gut für die Gesundheit, aber alle Standards sind unterschiedlich. Junge Menschen sind einmal am Tag genug, nicht sehr jung, und einmal pro Woche, aber sie müssen hier individuell hinschauen. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle. Tschüss für alle.